Liebe Bundesbürger, meine Zonis. Comedy Central präsentiert. Ich bin's, eure Angie. Die Einheitsansprache mit Lilo Wanders als Angela Merkel. Vereinigungen sind mein Spezialgebiet. Zum 20. Jubiläum der deutschen Wiedervereinigung. Wir müssen jetzt stark sein. Politisch korrekte Cartoons. Knauze! Und Angie in Feierlaune. Stößchen! Boom, Baby! Die Einheitsansprache mit Lilo Wanders als Angela Merkel. Am 21. September ab 20.15 Uhr. Exklusiv auf Comedy Central.